Es ist zu warm für Socken, ehrlich gesagt. Ich zieh nur an, welcher an wie kalt ist. Auch scheißegal. Mama, kommst du bitte raus? Der Stern ist auch zu sehen. Du hast den Stern vergessen zu erwähnen. Das ist nicht schlimm. Die sind weg alle. Danke. Schatz? Ah, da bist du ja. Du musst das so machen. Der Stern ist ganz spach zu sehen. Ich hab den gefunden, siehste. Jupiter, ne? Die ganze Zeit schon? Im Zimmer? Achso, stimmt. Aber wieso hast du gesagt, dass der Wildschwarz wird? Der Mond ist doch zu sehen. Ey, ne Mondhallo ist da oben, oder was? Richtig? Ne Mondhallo da oben? Die Zahl ist verkehrt. Es ist auf zwei wieder zurückgesprungen. Schwierigkeiten, die Summe einzustellen. Ich wüsste nicht, doch das Bild ist wieder nicht in Ordnung. Warte mal. Ah, da sind dunkle Wolken davor. Ah, da seh ich den wieder. Ja, Schatz, der Stern ist da. Oh nein. Hi. Meine Stern ist wieder da. Ural, das siehst du nicht bei den scheiß Schleierwolken. Ich dachte, es ist schwarz. Ich dachte, es kommt Regen. Ich dachte, es soll regnen, hast du gesagt. Was? Da kommen sie wieder. Mama, hörst du jetzt bitte mal auf? Ich guck mal. Ich guck mal. Mach ich ja gar nicht. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Moment, wie der Mond wieder raus? Wie du schon warst. Na schön. Echt. Jetzt habe ich wieder eine verkehrte Anklage gemacht mit einem Gewitter. Echt toll. Mach mich nur zum Affen hier. Weißt du das? Nein, das kannst du doch zurücknehmen lassen. Du hättest dich geirrt und fertig. das hast du jetzt schon gesagt hast du jetzt schon gesagt der komet müsste recht schwach zu sehen sein siehst du den kometen suche rechts ganz schwach fandst du das oder dieser waldienstag komet siehst du den ganz schwach rechts müsste ganz schwach recht zu sehen und die ohren sind auch nass um ein handtuch bitte die müssen getrocknet jetzt kommen die autos schon wieder aber hier sehe ich heute langsamer mit sich nicht dann ist da wieder weit da wo die parkour woanders raus in richtung garage ist der zu sehen kann den bei dem scheiß bewölkt im himmel gar nicht erkennen scheibenkleister doch da 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 das nein sagt ich bin schlau sieht man kein kometen im himmel ha schatz der stern ist zu sehen ich habe den nach dem kometen gesucht den sieht man kaum den kometen sieht man nicht schatz das hat weh getan man kann es noch mal sachte machen nicht so feste oder oder einkaufen da kommt da da guck mal da bei der autobahn lichtobjekt boah boah das ist der komet oder das ist ein flotzeug hammer schatz ich sehe den kometen wo ist er wo ist mein schatz ich sehe den kometen da hinten komm mal schnell boah ne ist es ein flotzeug oder komm her una ist es ein flotzeug glaube ich ja ne aber hier den stern siehst du da ja aber den stern siehst du beim mond wirklich der war gerade zu sehen warte der kommt der war so hell ne aber von jetzt kommt so etwas leuchtendes auf uns zu ist das ein flotzeug jetzt sind die autos schon wieder da meine mutter kriegt angst mama oder er ja es kommt sind teils schwarze wolken dazwischen das geht auf den kagau da stelle war der stern da warte ich muss warten von rechts kommt so ein flug ob jetzt oder es kommt immer näher scheiße das da guck mal da guck mal da ich stehe ganz ganz woanders ganz da hinten ey guck mal da ist der stern neben dem mond siehst du ein kleiner stern den kometen habe ich nicht gefunden jetzt war ich bei den garagen zum wald hoch raus da ist der stern mit pegasus und liegen das einhorn der komet ist weiter zu den garagen raus aber da hinten von rechts kommt was komisches flug ob jetzt ein flugzeug oder sowas scheiße flugzeug ja toll warte ich sehe ich den gar nicht mehr da kommt gleich rüber das flugzeug pass auf da kann ich mich gleich in die hose machen na von rechts wird aber schwarz guck mal das kommt ein freund schnell kennst du es gibt sogar reg aus der schwelle mutter mutter kommen schnell der hat den kreis und in den kreis ist mod und jupiter drinnen zum mond und stern und das kommt das flugzeug pass auf das wird sich gruselig jetzt schon meine mutter die ganze zeit jedoch nicht geduscht hast Der ist ja auch die ganze Zeit gesehen, Mutalo, ne? Mhm. Hä? Wo ich, wo ich mal gesessen habe, wo ich den Duschen gefragt habe. Ja, da hast du auch die ganze Zeit die Mutalo gesehen. Wie gesagt, es kommt Gewitter, aber das ist die Lache, ey. Es kommt nach dem Flugzeug vorbeigefüllt. Mann, guck mal die Mutalo draußen an. Ich hab den Stern verfehlt. Wo war er jetzt noch mal? In der Wolken davor. Der kommt gleich im Flugzeug, müssen wir aufpassen. Aber nur Mutalo zu sehen. Mondhof, guck mal. Echt toll. Ich muss gucken, wie groß ist der Kreis. Der ist, ich mach bei 1,5. Geh jetzt auf die Kameraschärfe hoch. Bitte, keine Kraniche, ich kriege Angst. Wenn die jetzt auch noch vorbeitigern, die Kraniche. Ich glaub nicht, dass ich jetzt den Kreis drauf hab. Ich glaub nicht, dass ich jetzt den Kreis drauf hab. Ich hab jetzt so ein Tolls drauf, oder was? Scheinbleister. Doch, wo weit weg? Wir sind davon einkaufen gekommen. Was hast du da drauf? Welche denn? Die beste? Das bei mir. Ist mich aber wieder ein Auto angesprochen. Schein. Da schwächt schon ab, der Mond. Aber ich kann den Stern nicht, der ist eigentlich in den Kreis drin. Ja. Wann war die Mutter da rausgekommen? Wir haben jetzt 19 Uhr rum. Wann duschen war es? Wie früh war ich in Duschen? Halb sieben, wieder vor sieben. Halb sieben ist der rausgekommen, kommt wieder. Ich dachte, seit halb sieben ist der draußen mit Jupiter. Mit Mond, hallo. Hat er auch ein jetziges Zimmer gesehen. Ich krieg den Stern nicht dabei, das ist ärgerlich. Weil die Wolken zu dick sind, die Schleierwolken. Und du siehst den ganz leichten Mond schon, hallo. Diese ganz leichten Mond schon, hallo. Siehst du den ganz leichten Mond, hallo. Siehst du? Ah, gerade, 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 den Sternen. Jetzt habe ich den. Jetzt habe ich ein Visierchen. Guck dir das mal an. Mond, hallo, mit Halbmond und Jupiter in einen. Bleib du, Jupiter, Halbmond und Mond in einen. Guck mal, die sind beide gefangen. Die sind beide gefangen, mit einem Mond, hallo. Da war ein Fluchstuhl vorbei geflohen, hab ich doch gesagt. Aber du siehst, der leichte Mond, hallo, weil das ein Halbmond ist. Bei der Mond ein bisschen dicker, werdet ihr den kompletten Mond, hallo sehen. Oder siehst du bei meinem Halbmond auch einen Mond, hallo. Aber eine leichte, ne? Oder eine komplette. Nein, nur eine leichte. Wir hatten letztens mal der komplette gesehen. Nein, es kommen zu mir die Autos. Ich will nicht mehr, Mama. Da kommt nur Auto reingefahren. Hast du es wohl so licht aus? Ja. Ich warte, bis es komplett dunkel wird. Bis Regen kommt. Da wird aber nichts sein, der Autofahrer. Oh, der ist ganz vorsichtig. Ich glaube, das ist glatt. Keiner sagt mir was. Wir sind alle lieb. Riech mal mein Körper. Und? Was ist das für eins? Das Grüne mit den Perlen drin. Von Nevea. Ah. Lemongrass. Das ganz gute. Ja. Ist der gut, oder? Das dauert bis 20 Minuten. Ich habe vorhin 50 Minuten geschafft, weil ich abgeworst werden wollte. Sonst bin ich wirklich ein Stinkmöffel hier. Und da war die Mutthalo. Weil mir von der Mutthalo seit halb sieben, seit acht Uhr dreißig, halb neunzehn, halb sieben, seit sechs Uhr dreißig, acht Uhr dreißig von der Mutthalo gesagt hat, dann... Ich dachte, du wirst im Untergang aufpassen. Wir brauchen aber erst um halb zwölf aufzustehen, da wird der Untergang. Da wird es um die zwölf Uhr. Nee, am besten 23 Uhr aufstehen. 23 Uhr ist besser, weil... Falls es dunkel wird, rechts. Dann wird es auch nicht besser. Jetzt kommen wir in die Haus. Falls es rechts dunkel wird, da wird schwarz. Regen. Ja. Schwarz. Schwarz. Nee, es tropft oben. Das Dachhinn ist kaputt. Mhm. Sind ja Kinder, Nene. Nein. Aber welche gehört? Womisch. Scheißstern, wirst du nicht zeigen lassen. Und jetzt... Lichtvergrößern. Von den Sternen sind wieder Wolken davor, wie immer. Kurz. Ja, das Bild war wieder verschwommen. Wie immer. Jetzt muss ich das so blau lassen. Das ist doch scheiße, die Farbe. Warte, mach ich das Bild jetzt richtig. Boah, dass du so gut in ein Gelände gestoßen hast, dass du mein Handy runtergespissen hast. Ey, das war doch alles. Ich weiß das nicht. Was dann? Weiß ich nicht. Ich nicht. Brauchst du nur mit dem Stuhl einmal über den Balkon zu rutschen, dann würde das schon... Hab ich doch gar nicht, Bama. Ich hab mir wieder was unterstellt, was ich nicht getan hab. Das ist doch jetzt ja genug. Oh, das ist eine scheiß Lewelle davor. Kennst du diese scheiß Regen-Lewelle, ne? Das ist von Jupiter, von den Sternen da vorgeschobenen Planeten da. Scheiß Lewelle da rum. Oh? Ja. Oh, nee. Warte. Ja, und vom Rest sieht der Regen aus. Das ist das somische Abendmögen. Den Kometen ist da Richtung Garage Wald hoch. Den kannst du nicht sehen. Den kann ich jetzt einsacken, einpacken. Aber hier die Mondhalle ist schön. Und über dem Hochhaus ist, glaube ich, ein Zentralbogen, ein Sekundzentralbogen, weil du siehst du, das ist scheiße, der ist über dem Hochhaus da. Der Mond ist höher wie die Sonne, ey. Wisst ihr das? Aua. Meine Fülle. Nein, Kraniche. Bleib bitte bei mir, Mama. Da ist der Stern. Tschüss, Lewelle. Alle beide in einem Mondhalle drin, im Kreis drin. Scheiben. Ist so selten, ne? Bei Instagram, letztes Mal, wie du gesehen habt, das war an Weihnachten gewesen, Weihnachtsfeere, da hast du dir die Mondhalle allein angeschaut, zweimal nachts im Winter, war es komplett zu sehen und ich lag im Bett, weil ich krank war, oder was? Aber jetzt ist das Glück wieder auf meiner Seite, aber leicht. Da war ja doch der Vollmond gewesen, wo der Mondhalle zu sehen war, scheibenkreis, jetzt hab ich einen Halbmond. Lüge mich nicht. Das tippt mich gar nicht mehr. Gerade im Vorherz euch nachgeäfft. Ja, die Wolken werden immer dicker, es kommt von rechts wirklich was drauf. Kacke, 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 bappel. So macht Hansi auch. Und du. Und sonst noch von deiner Familie. Ja, ich hab mir auch. Hier. Das ist witzig. Bleibt da, wo ihr seid, Kraniche. Bringt kein Futter für euch. Ich sag's euch nur. Ich kann eure Gekeife am Himmel hören, eure Gekrechtse, aber sobald ihr kommt, bin ich weg. Scheiß Lied, der ist Technolied, der hätte auch gestürzt, das hab ich's kaputt gemacht, draufgekommen. Pam, pam, pam. Komm, wir haben einen Arsch gemacht, das ist der Tour schon Schrott gemacht, der System. Alles kaputt gemacht. Das ist der Tour Schrott. Ja, egal. Das ist so wie Schrott gemacht, ne? Alles ist Schrott gemacht, laptop. Ein laptop zerstört. Was hat er gemacht, ist ein altes Teddy auch zerstört, mein Verlob der KWF. Zack, bum bum, draufgeschlagen. King Kong, King Kong. Donkey, warte, Donkey Kong ist doch viel besser. Der haut am besten drauf wie King Kong. Donkey Kong. Uh, 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 uh. Oh, nee, ich bin jetzt gerade die zu den Donkey Kong. Donkey Kong, Donkey Kong, Mario. Es gibt Donkey Kong vorerst mal auf die Switch, ne? Donkey Kong, Donkey Kong. Donkey Kong. Diddy Kong. Diddy Kong. Wie sieht denn die Frau von Donkey Kong, die Mutter von Diddy Kong aus? Weiß, was ist ich so ein Scheiß? Oh, von rechts wird Raben, schwarz, oh Gott. Ja, Umwetter war noch nicht für heute Nacht, oder was? Heute Nacht Regenschauer, Gewitter? Ja, tschüss, Gewitter, Regen. Ja, der Mond geht schon weg. Super, es gibt heute auch was drauf. Juhu, Gewitter, in der Nacht. Angst zeige ich sowieso nicht. Ich bin Stormtrozerin. Stormtrozerin, Leidenschaft. Hobby Stormtrozerin. Ich habe keine Angst vor so dämliches, blödes Gewitter. Ich habe keine Angst vor dämliches Gewitter. Und die Kraniche schon wieder. Aber wir sind weiter weg. Na, komm, Kraniche. Ich habe eine Popeye-Faust. Ich bin Popeye, der Pirat, der Seefahrer. Es ist Spinat. Na, komm, Kraniche. Schneegänze. Niedegänze. Niedegänze. Oh, guck mal. Eine Nachbarin, die zuwinkt. Mama, guck mal schnell, dass eine Nachbarin am Fenster die zuwinkt. Geil. 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 Ja, der hat gute Fahrkünste. Cool. Der hat ein Talent zu fahren. Gut gemacht. So rückwärts fahren kann keiner. So wie du. Gutes Rückwärtsgang. Mama, guck mal. Über deine ehemalige Freundin, da die unten links wohnt, da um links in der Mitte, da hat ein Nachbar noch zugewunken mit einer Taschenlampe, da ein Signal. Da, das Fenster, da über Claudia, da, guck mal. Die Nachbarin hat uns zugewunken. Das war keine Aufnahme. Nee, ist egal. Die Taschenlampe zugewunken. Oder, nee, oder es hat die Leute, oder es hat die Leute fotografiert, die unten waren. Da unten, bei dem Auto standen noch Leute gewesen. Ich glaube, die Nachbarin hat die Leute fotografiert, aufgenommen. Was sind deine Zigarrellas? Hab ich nicht. Das sind nicht meine, verdammt normal. Nein, die Nachbarin, die über Claudia wohnt, die hat, äh, die Leute da unten fotografiert. Am Flugzeug, ne? Die hat die Leute fotografiert, die am Auto gestanden haben. Die Leute, die am Auto gestanden haben. Die bei Claudia wohnt, die neue Nachbarin. Die hat uns nicht fotografiert, mich kann sie gar nicht sehen. Es ist dunkel. Das sind Kampfjets, Baba. Haben sie ja was geschrieben, die fliegen nachts. Passiert nichts. Nein, aber hat die Nachbarin mich fotografiert? Weiß ich doch nix, nur noch nicht. Oder kann sie mich gar nicht sehen? Nein, die sieht ich nicht. Aber durch den Fernseher kann sie mich sehen, oder? Nein. Dann hat sie die Leute fotografiert, richtig? Halt, guck mal nach, bitte. Es ist links geflogen. Das sind Kampfjets, Mama. Ich hab Angst. Scheiße. Ja, der Mond geht auch schon weg. Es geht bald, es gibt gleich Regen. Das waren zwei. Die dürfen nur so hoch fliegen, die dürfen nicht die fliegen nachts, sonst kriegen die Leute Angst im Schlaf. Jetzt gehen die Leute nachts im Schlaf angst. Die dürfen nicht fliegen, die dürfen ein bisschen höher fliegen, weißt du das? Ja, vom Rest geht es schwarz. Also, die Überklautung wurde etwas nicht fotografiert, nicht, ne? Dann hat sie die Leute unten fotografiert und im Auto standen. Doch, weil sie das Handy mit der Blitzlichtkamera und die Leute da im Auto standen, äh, hingerichtet hat. Hingeschwenkt hat. Überklautung wurde das Fenster, aber genau das Küchenfenster. Da hat die Nachbarin die Leute fotografiert mit Blitzlichtkamera. Da hat die Leute aufgenommen, ne? Ja. Ich meine, das braucht die Nachbarin auch nicht sein. Da unten standen gerade Leute, die haben Einkaufssachen ausgepackt, Besuch, abgelassen. Und die Nachbarin da überklautung wurde, hat die Leute fotografiert. Nein, nein, das ist nicht schön. Nee. Datenschutz hat die Nachbarin bei den Leuten gemacht.